Hallo? Leg nicht auf. Victor? Ben, hör mir zu. Es geschieht etwas mit dir. Und das wird noch schlimmer werden. Denn wenn ihr zwei so weitermacht, geht in 48 Stunden die Welt unter. Es sind nur 24. Wir wollen dir etwas zeigen. Dass die Welt, in der wir leben, eine einzige gewaltige, fette Lüge ist. Dieser Junge mit den Tentakeln ist der Schlüssel dazu, alle Zeitlinien zu verstehen. Die Welt geht mal wieder unter, ja? Oh Gott, ist das tragisch. Wir müssen das wieder hinkriegen. Okay, erinnert sich einer von euch an die tatsächliche Todesursache? Ben starb, weil wir alle versorgt haben. Und... Und was? Was? Wird das weh tun? Ganz unzweifelhaft. Wir müssen das Unausweichliche akzeptieren. Wir müssen das Unausweichliche akzeptieren. Heute ist der Tag der Aufopferung! Machen wir das jetzt? Wollen wir das jetzt? Machen wir das REALLY jauswert. Das ist wichtig. Machen wir das passive. Vielen Dank.